Das ist der Kleine von Gieleta, von Sarah. Sie wollte schon lange mal kommen. Übrigens am letzten Wochenende des Juli, also wir zügeln ja am 25., und dann das Wochenende darauf ... Also langsam. Das Wochenende vorher ist eine Slackline-Weltmeisterschaft in Laax. Und das Wochenende darauf kommen sie nach Dies & Dies, also einfach eine Gruppe davon, also v.a. von den Organisatoren. Und ... Hey, die fliegen! Und dann werden sie unsere Widerlager brauchen von der La Pendenta, um eine Slackline zwischen ihnen zu ziehen. Und dann werden sie dort drüber säkeln. Das sieht ziemlich wild aus. Was ist ihr am Schauen? Hallo! Hallo, Louis! Yippie! 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 Hahahaha!